hallo und herzlich willkommen zurück hier bei minecraft und nach getrollt da haben wir es wieder mensch jetzt fragt euch wie geht das ja getrollt würde ich mal sagen liebe freunde habt jetzt echt gedacht ja ist doch nicht traurig oder ihr seid jetzt traurig dass ich hier alles habe oder zu mir aber leid aber ich habe herausgefunden das spiel speichern habe ich mal kurz dann die speicherfunktion geholt beziehungsweise ins leben gebracht und hier bin ich dann gestorben naja es war doch schon da wo ich mir schiebt so ich wollte mir jetzt aber ein bisschen den ganzen trubi erleichtern und wollte mir jetzt einfach ich wollte mir einfach nur hochbauen das heißt einfach nur wenn es hier das ding hier hoch und fertig ist ich hoffe mal das reicht noch aus sieht jetzt war nicht so gut aus aber mal hat er hat er hat er hat er hat mit dir hoch was ich bin aber ich kann es ja halt sagen ihr getrollt ihr wichser getrollt ab da alt aussehen wo bin ich denn jetzt hallo zum glück habe ich noch genug erde ich habe nichts mehr zu essen und wenn ich jetzt da ist egal habe ich eigentlich auch nichts mehr zuerst einmal wenn er sich okay aber wenn dann er sich schon gekochtes fleisch war hoch hier dein ernst so warte 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 schnell 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 der rechte um länger muss ich locker aus aber ich wollte ja da obwohl ich komme ich wurde da scheiße ja zu beleid also leute aber ich habe euch ich hab da bett hier jetzt aber ja es dauert ein bisschen ist hier im hause ich habe es ohne so nicht so so viel geschaut aber kann ich auch jetzt schon welche machen ach genau steine schmelzen jawohl so haben wir es auch er haben schon essen fertig genau perfekt mensch sehr herrlich so jetzt können wir mal hier ein bisschen uns vergnügen mit dem essen menschen haben aber rat das so schafft das ganze so fisch ans werk gehen wir sie ja hier weiter an unsere arbeit und wir wollten ja stimmt wir bauen jetzt einmal hier oben weiter ich bin gespannt was dafür kommentare kommen also im letzten wart bist du blöd da wie kann man nur so scheiße sein hast du nicht gelernt was machst du dafür nur scheiße und 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 ach das ist ja so schön das ist ja so schön aber die hochschulen jetzt merkt er die das schminken nach was das aussehen wird das ist jetzt hier ein bisschen falsch weg 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 nochmal hier mal kurz wieder hin platzieren jetzt ist es doch auch schön aus wenn man so ist halt macht es geht auch alles in ordnung schön mensch die anderen steine ab und dann können wir auch gleich weitermachen mit der ganzen baugeschichte haben wir können auch gleich mal hier ich habe gar nicht mehr so viel plätze frei so wertsam die kann man ja einmal die hatte die können wir ja mal stecken ja so und jetzt brauchen wir auch mal gleich mal hier paar stufen so und weiter geht die ganze sache jetzt muss ich mal kurz gucken und zwar wir haben wir haben das ganze wirklich ein zutiefst gebaut das heißt dass wir dienen den ganzen nach oben verlagern müssen aber das machen wir nicht in der session das mache ich nämlich kurz dann alleine also wenn ich dann nach dem partner so wenn ich mal kurz aufhören mit dem mit dem display mache ich das dann so unter mich also alleine versteht und dann sieht die welt auch gleich schon viel anders aus wir machen jetzt aber trotzdem auch schon mal den grundriss und zwar wenn ich mal immer kurz zeigen wie ich das ganze dann haben möchte so war pflastersteine brauchen natürlich hoch 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 und hoch 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 Ich glaube, dass Warte, warte Also jetzt zeige ich euch mal kurz, wie ich das so vorhabe, das zu machen So, man kommt da hier hoch Ja, siehst du, deswegen Wir müssen wirklich Wir machen das Ganze wirklich ein höher Dann kommt hier nämlich die Wand Das sind vier, ja Zwei, drei, vier So Erstmal, ja, wir machen das immer so den Grundriss So, genau Mach mal die hier nochmal weg Nämlich Ich habe ja noch was anderes vor Ja, sorry, wusste ich gerade nicht Dann habe ich, ah, habe ich damit jetzt gerade nicht mit dir rechnet Obwohl, nee, manchmal, die können ja Ja, die können bleiben Da, da wäre eh ein Hochgehen, das wir gehen eh So Jetzt So Dreierbreite Dreierbreite Ja, das geht Ja, genau Gut So, hier noch Den auch Und dann kann man schon vielleicht erkennen, was ich hier machen möchte Stimmt, hier wollte ich auch noch weiterführen Ich muss jetzt immer wieder kurz dann die Steinziegel holen Und dann geht es wieder ran an die Arbeit So Ach, schon, Stein, so wollte ich immer Den auch Steiner Und auch den Stein Sorry Mach ich jetzt Steinziegel So, das kann man ja, wer droppen hier, das kann man brauchen Hä Achso So Sagen wir hier halt unsere Steinziegel Und die bauen wir nämlich jetzt hier am Rand Ihr werdet es gleich sehen, was das denn halt zu tun hat, dass er halt dann die Abgrenzung, die Absperrung Beziehungsweise Darüber geht halt nix mehr Es ist ja so als als Rand gedacht Das ist, okay, das geht doch Wir müssen mich vielleicht ein bisschen zu lang als zu breit, aber Also länger als breiter, so wie ich vorgestellt habe, aber naja Alles jetzt zu korrigieren habe ich so kein Bock drauf Ja, ohne Fenster noch so ist ja, es sieht halt noch alles ein bisschen verkoks aus Beziehungsweise ja Noch nicht so richtig sauber, aber es wird alles so kommen, das wird alles kommen Verspreche ich dir, Junge, hey Aber wir können trotzdem ein bisschen weiter mit Steinziegel produzieren So, hier haben wir noch Warte So, hier haben wir, hier haben wir, nee, das ist Kies Hier haben wir auch Plasterstein 64, so, zack Dann kämen wir das jetzt auch hin, gebacken Und der letzte ist hier auch noch fertig, schön Und dann machen wir aus den restlichen Steinen auch noch Steinziegel Und dann bauen wir da weiter In unser Haus, da soll ja ein bisschen schick sein Ein bisschen schick werden Äh, papap, hier So, die liebsten haben wir noch bekommen jetzt Ist jetzt auch nicht so viel Wo man sagen, hey Mensch Damit kannst du ja auch finanzieren, aber Wir kommen halt langsam vorwärts Und das ist ja auch mal gut So Naja So Ja gut Und Das wird eine kleine Hammeraufgabe für mich sein Ich kann ja hier schon mal Das ganze hinmachen Weil ich muss ja wirklich in den ganzen Bohnen wieder ab Opsala Ich muss ja den ganzen Bohnen abholzen Wieder mit dem Dachboden Oder sie hat halt die Decke Und dann hier eine neue Decke Und dann hier eine neue Decke machen Dann ist es los Und das kann ein bisschen dauern Wir haben mal sechs Minuten Wir machen auch immer schlecht Schluss Ich habe heute gleich Ich habe auch heute noch Training Bis er selber Und dann Das kann ich nicht der Richtigkeit halten Zack, zack Zack, zack Und jetzt hier noch hier Ah, nein Das sieht gut aus Mensch Er war stolz So Dann können wir hier die Etage auch schon machen Dann sieht es hier auch unten Also unten Im Flur Also in der Eingangshalle Im Eingangsbereich Sieht es auch ein bisschen Ja Lockiger Ein bisschen Kräumiger aus Wenn man halt noch einen Eine halbe Schicht Nach oben versetzt Das merkt man dann gleich schon So Hier weg Da würde ich noch sagen Da kommen halt noch so Nur drei Treppen hin Vielleicht So Warte Ich habe Ich nie In die In die In der Kiste Bestimmt Wie viel Steinex ich Ja Es geht Ja Das geht Wie ich neues Tab So Wollen wir das mal ausprobieren Hier So Wisst ihr Sieht doch gleich viel hübsch aus Und das machen wir mal Auf der Seite hier auch Weil das muss ja auch Wo nicht Das muss ja auch alles Hier eine Schicht Höhe Das meinte ich ja Das dauert dann Trotzdem nochmal ganz lange Um das Ganze hier zu Bauen Bauen So Dann guck ich mal Wie das dann so aussieht Wenn man hier so rauskommt Hat man hier genug Breite Platz Ja doch Das geht schon Obwohl Obwohl das ist ja Das ist ja hier schon Ein bisschen wickrig Warte mal Sonst machen wir anders So Haben wir hier Steine Ne haben wir nicht Schade Obwohl dann doch gleich Gleich haben wir das Da wir Auf der anderen Seite halt auch Hätte man so wenig Platz Anhalt Wenn man das hier macht Da doch ja Ist jetzt nicht so das wahre Abbauen Aber haben wir schon jetzt 20 Minuten rum Deswegen Verabschieden Dann höre ich die Aufnahme Heute aber auch mit der Aufnahme Mein Gott ist Katz Dann versuchen Schlecht mal Den Part Zoran Den Den Neuendeten 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 Und hoch Versuch 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 Hochzustellen Und dann Sieht man sich da halt Mal wieder So 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 Ich gucke gerade ob hier noch irgendwo holz ist aber Also die dicke dickig da weg machen Aber es sieht so aus als würde der Baum ist verschwinden Ja Der verschwindet total Manchmal sie verschwindet da sieht man gleich öfters mal so das war sie halt auch dazu und dann sehen wir uns im nächsten paar dankeschön fürs zuschauen und ja bis dahin Zunächst eine Aufnahme natürlich Ein Eure Schwarzbein Oh da guck mal das ist ein Schwein Und ein Schaf Und ein Tannenbaum Benachst Tschüss Tschüss.